Lilia Kugel, 14 Jahre alt, trainiert seit März 2019 mit uns, ist meistens im Duo mit ihrer älteren Schwester Fenja zu sehen gewesen, die heute ihr Abitur feiert. Das ist auch so ein Thema mit dem Heranreifen der Kinder und der Artistinnen. Sobald man so viel mit ihnen trainiert hat und sie richtig gut sind, dann gehen sie irgendwann. Aber die Lilia bleibt uns in ein paar Jahren hoffentlich erhalten und wir sehen sie mit einem zeitlosen Stück von Hans Zimmer Time. Applaus Musik 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 Amen. 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 Amen.